So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Manus of Vault hier vom Landwirtschaftssimulator. Leute, ich freue mich richtig wieder, dass ihr dabei eingeschalten habt, wie wir unseren Hof jetzt die letzten paar Tage noch ein bisschen auf Trab halten wollen. Ich möchte dazu auch sagen, der neue Landwirtschaftssimulator kommt nicht sofort raus wahrscheinlich, weil ich zum Lehrgang erstmal lernen muss. Und deswegen wir machen jetzt hier die Helfer nach und nach wieder an. Was auch sonst. Das Schöne ist, mir fällt wieder ein, ich brauche nicht auf die Uhr hinter mir gucken, ich brauche einfach nur da oben gucken. So, wir steigen aus, holen uns hier den Helferchen und dann geht's los. Ich habe meine 3 Felder machen lassen. 3 Felder bearbeiten lassen, abernten lassen, die Saat habe ich schon eingesammelt. Und was ich auch noch vorbereitet habe, genau diesen Armenschlag. Ihr seht's, der Tierhänger ist hier. Mit sieben Schafen. Ich weiß, ob das genug ist, weil wir haben, jetzt haben wir 10, 99 Produktivität, 300 Wolle. Ich würde mal sagen, das ist okay. So, hängen wir mal die Scheiße hier an und fahren mal los und verkaufen unsere sieben Tiere. Ich glaube, das war nochmal 2000, 3000 irgendwie. Deswegen. Alles gut und schön. Ähm, nochmal zurückzukommen. Der neue Landwirtschaftswander wird nicht sofort rauskommen, weil ich zum Lehrgang gehe und keine Zeit habe in mitten in der Woche. Was, mitten in der Woche? Ich glaube, mitten in der Woche kommt er aus. Ähm, vielleicht aufzunehmen, ja, rauszubringen vielleicht noch nicht ganz. Ich weiß nicht, vielleicht überschneiden sich auch die beiden Projekte ein bisschen, dass man den hier vielleicht nochmal, äh, naja, runterwirtschaften, wenn ich da oben auf die Zahl gucke. Ähm, bitte nochmal hin und her fahren. Es macht aber Spaß, wir steigen so langsam wieder in das Landwirtschaftsleben rein und das, finde ich, ist das Wichtigste. Ich bin nur mal gespannt wegen Forst und sowas, ob das alles auch beim Neuen ist. Beim Neuen wird es ein Multiplayer-Projekt geben, wahrscheinlich mit Enderman und, äh, mit Enderman, Rally, Loppik, mal gucken. Gucken, vielleicht kommt Byte auch noch dazu. Äh, wieder mal in so einem Projekt ein bisschen. So. Spaß kann man immer mal wieder haben. Und, äh, kommt aber je nach drauf an, wie Zeit, Lust, wie die Leute zu mir sind. Ähm, meine letzte Zeit habe ich nicht so viel Lust auf irgendwas zu zocken und gemeinsam so mehr wieder dieses einzelne zocken. Alter, das war wieder ein Fehler. Ist das ein Unterschied? Weiß ich nicht. Möchten die würde es bestimmt einen Unterschied machen. Hm. Gut. Haben wir es auch geklärt. So, jetzt könnte man hier reinfahren. So. Holz haben wir ja ganz am Anfang gemacht. Problem ist, Holz hat mir nicht gefallen. Jetzt habe ich auch einen Controller. Zwar ein PSV-Controller, aber, äh, würde ja bestimmt klappen. Und, äh, da könnte man das wahrscheinlich verbinden. Die Bane-Controller, oder? Bane-Controller. Dann würde es ja laufen. So, wir sind jetzt gleich da. Fahren hier rein. T-Menü. R. Und verkaufen alle. Das sind 16.000. Ist okay. 16.000 für verkaufte Tiere. Wie viel habe ich denn jetzt verkauft? Für wie viel? 16.000. Ja, also das ist doch schon. Naja. Ich weiß nicht, wie viel wir am Anfang gekauft hatten. Zum Minus-Geschäft ist es nicht. Der ist auch noch nicht weit. Das passt. So, kommen wir hier schnell mal drüber. Ähm. Na, die Maschinen werde ich mir jetzt noch, werde ich mir nicht leisten können. Weil, ich wüsste auch nicht was. Mein Trecker ist so, lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach, einfach, einfach für mich im Moment nicht. Ähm. Deswegen, wir werden jetzt hier wieder reinfahren. Eine kleine Abkürzung. Ähm. Was würden wir jetzt machen? Die, die, die Erwärmte ist noch nicht genug und nicht unbedingt gut. Nicht zu viel. Das bisschen Wolle könnte man wieder wegfahren. Könnte man sich noch irgendwie ein Nebengeschäft leisten. Ne, dafür muss ich auf P drücken. Oh, so Heizkraftwerk. Da bräuchten wir sowieso noch Hackschnitzeln. Das ist so Klammer nicht. Also, da bräuchten wir die zwei. Und das ist zu viel. Jawohl, ne. Wir brauchen nur das. Und dann macht das hier kleiner. Ich sehe nur den Unterstand. Also, das sowieso nicht. 125.000 ist auch zu viel. Und 20.000 für ein Bienenhaus. Ist leider auch im Moment zu viel. Das werden wir auch wahrscheinlich in diesem Projekt nicht mehr schaffen. Aber. Gut. So, wie kommen wir jetzt bei der Brücke aus? Ich glaube, das ist ganz okay. Das ist auch wie eine kleine Abkürzung. Ist das eine Abkürzung? Ja. Würde ich doch schon sagen. Haha. Können natürlich auch kleinere Baumstämmen. Ich will, am liebsten würde ich das mal mit dem Kraftwerk probieren, weil ich das noch nicht hatte. Und dann könnte man den Pick-up nehmen. Und auf dem Pick-up fahrt man ja zum Festmachen. Die Spannwurte. Dann kommen wir wieder nachher nachfahren. Aber wie gesagt, ich werde jetzt glaube ich noch ein paar aufnehmen. Und dann war es das. Jetzt. Mit dem Projekt. Also. Womit geht das? Wie geht die Waage eigentlich? So. Jetzt erst? Ne. Was wäre so geni- Die Waage funktioniert! Nice. Naja. Ne. Funktioniert nicht, oder? Ihr müsst jetzt viel weniger anzeigen. Ja. 3000. Ne. Oder wird der Trick abgezogen? Gewicht? Na. Gut. So. Das heißt, wir sind hier fertig. Den brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Die Schiefe fühlen sich wohl. Ach, wir müssen das Ding dann ja auch noch verkaufen. Erstmal gucken. Den können wir schon mal hinterher schicken. Dann müssen wir einen Kornfang leeren und dann ist der Park auch schon wieder vorbei. Also wie gesagt, viel wird hier leider nicht mal passieren. Ich werde dann nochmal auf dem Busenlatter. Auf dem Rumsattel. Und den eine Runde zocken. Und nochmal auf Garage. Ja. Hier muss man es weg machen. Ja. 60. Was sind denn 60 schon? Sonst brauchen wir ja alles. Rein theoretisch. Mit zwei Anhängern ist das vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ach klar. Ja. Also ich würde mal sagen, ist alles genehmigt. Dann hängen wir uns den hier nochmal dran. Ja. Das ist bloß die Fall. Was machen wir? Also ich würde das Projekt, wenn ich mal, wird so pausiert. Ja. Das Projekt wird pausiert. Richtig wenden wird es noch nicht. Weil man weiß nicht, was passiert noch. Vielleicht wird doch nur das LS17. Äh. LS19. Ein, ähm. Multiplayer. Und der LS17 wird das Singleplayer weiter. Pfff. Was? Könnte man machen. Wie hatten wir jetzt hier? Tausend. Ist ja gar nichts. Wir hatten ja bloß tausend. Wir hatten ja bloß tausend. Oh. Das ist ja gar nichts. Und der ist ja voll. Da wird die Planung geschlossen. Dann fahren wir schon. Gut. Äh. Da würde ich sagen. Was ist mit diesem Bart? Wird nicht der ganze Bart gefallen? Habt ihr immer noch nicht einen Daumen nach unten. Schreibt in den Kommentar. Ob es mehr funktioniert oder auch noch nicht. Und dann müssen wir nichts machen. Dann werden sie. Tschau, tschau.